Ich mache meine Ausbildung bei Aldi Suisse, weil ich gerne Kontakt mit den Kunden habe. Ich mache gerne meine Ausbildung bei Aldi Suisse, weil ich gute Aufstiegsmöglichkeiten habe und später mal ein Team führen will. Ja, ich schaue gerade. Hat auf jeden Fall noch genug da? Ich habe mich für eine Ausbildung bei Aldi Suisse entschieden, weil ich gerne koordiniert mit meinem Team arbeite. Und das funktioniert am besten durch clevere Kommunikation. Ich mache gerne die Ausbildung bei Aldi Suisse durch Perfektion für mich an der ersten Stellstelle. Ich mache meine Ausbildung bei Aldi Suisse, weil ich gerne im Team arbeite. Ich mache meine Ausbildung bei Aldi Suisse, weil ich gerne im Team arbeite. Ich mache meine Ausbildung bei Aldi Suisse. Ich mache meine Ausbildung bei Aldi Suisse. Ich mache meine Ausbildung bei Aldi Suisse.